Wir sind jetzt gerade angeholt. Die Jungs von Take That sind schon davon gesprungen. Aber wir wollen noch schnell checken, wie hinterlässt sie ihre Limousinen. Wie sieht es aus? Oh, mega sauber! Okay, sauber, aber gemütlich. Ich glaube der Letzte, der hier reingesessen ist, ob Mark, Howard oder Gary, die waren ein bisschen am Schläfeln und haben noch geschaut, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind in der Schweiz. Die Schweiz war etwa dort von Europa. Das wissen Sie also. Ich würde sagen, Sie sind angekommen. Und wir freuen uns auf Ihren Auftritt. Bis gleich! Ich gehe mal schauen, wo Ihre Garderobe ist. Ciao, ciao!